Mal einer, der wollte so viel. Er hatte immerhin schon einiges gemacht im Leben. Aber alles, was er gemacht hatte, hatte er auf dem festen Boden der Erde gemacht. Und eines Tages, eines Tages, da wollte er, stellt euch vor, er wollte fliegen. Fliegen wie ein Vogel. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und schließlich machte er das Beste daraus, denn er hatte gelernt, dass der Mensch eben nicht selbst fliegen kann. Und das hier macht doch auch Spaß, wie man sieht, oder? Untertitelung. BR 2018